Herzlich Willkommen hier zu anderen Folge der Letzte Call of Duty to Black Ops 3. Heute spielen wir Suchen und Verstecken und ich suche heute, aber heute mit dabei, ihr seht hier die Namen selbst. Und ja, ihr könnt ja mal hallo sagen, die in der Party sind. Hallo. 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 Okay, ich habe ja Stimme zulassen, weil die meisten irgendwie XS Push hatte das bei Letzten Aufnahme nicht. So, also ich suche euch. Ihr habt ja nicht versteckt. Mal gucken. Ja gut, die Map ist nicht jetzt so einfach, aber ich finde euch, ich finde euch. Jetzt kann man mit Schirmhahnung. Wo seid ihr? Wie fett ihr? Aha. Und dann hieß es, ich finde dich nicht, ne? Aha. Aha. Oha, oha, dicker. Aha. Oha. 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 Ja, wenn ihr euch alle in einem gleich versteckt, versteckt, selber schuld. Er ist zu mir gekommen, sonst. Verteilen müsst ihr euch einfach alle verteilen. So, die ersten sind schon mal weg. Guter Start. Oh, push. Was denn? Alter, der fünftig. Ist geil. Ja. So. Sieben Minuten Zeit. Auf jeden Fall genug Zeit. So, wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt es da, sucht nächstes Mal auch jemand anders. Aber die Frage ist, wo seid ihr? Ist hier dann versteckt, da hat sich mal jemanden geholt. Aber da kannst du dich immer davon nicht stammen. Ja, wo ist er denn? Warum sagt ihr das? Ja, letzte Runde habt ihr das auch gesagt, da hab ich den gefunden. Am Ende sogar erst noch. Ja, ich hatte Zweiter. Aber ist ja gut. Jungs, soll ich einmal schlagen? Nein, ne? Ja, wo? Ihr müsst hier irgendwo sein. So, wer 1, 2, ja, leben auch nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4. Das sind genug. Ich muss nur richtig gucken. Kennen. Das war nichts, Mocha. Ja, ich guck. Das war nichts Mocha. Digga, ne? Ich weiß nicht, ob man es zur Seite, wenn ich Bissartigkeit aufgeladen habe. Es war gerade so laut. Oh mein Gott. Nein! Ich werde dich nie finden. Nein! Nee, gar keinen Fall. Es ist nicht so, dass die euch einfach hier alle versteckt haben. Das ist ja für mich ganz einfach, wenn ihr... Dann weiß ich ja, wo ihr seid. Oh mein Gott, wer den jetzt nicht siehst. Ja, ihr wisst. Hä? Oh mein Gott. Hä? Du siehst ihn wieder nicht. Alles klar. Richtig, Digga, random, er willst alles. Ich bin die ganze Zeit in seiner Nähe. Ja. Ey, Ronny, wie schaffst du das, Digga? Doch, ich brauche nicht. Donnerroll, alles klar. Du warst wieder an seiner Seite. Ja. Donnerroll in Bereitschaft. Hä? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Hä? Hä? So. Hahaha. Hahaha. Aber doch, Donnerroll hat grünes Licht. Hahaha. Leute, wohin gehen die bekloppten Sonnenrollen hin? Oh, die sind schürzt, die sind schürzt Bist du ins Po anstuppziehen? So, Serie, ey, der hat sich... Alter, Seri Seri ist jetzt wieder letzter Wo ist der? Ich werde immer erst mit dem Film, weil alle Seiten übersteckt ist gut Boah, was für ein Glitcher Ja, der glitscht Alter, der ist so auffällig, ne? Da kann sogar ein Hund drauf scheißen Geile Runde, nice So, mir hat das gefallen, dieses Spiel War lustig Und... Ja, für die Aufnahme war's das Aber, wenn ihr mehr folgen wollt Dann schreibt es in die Kommentare Haut rein, bis zum nächsten Mal Und... Tschüss! 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 Vielen Dank.